Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren. Der Schaltschrank ist das Herzstück im Smart Home. Im Schaltschrank läuft alles zusammen und wer uns kennt, ihr werdet ja wissen, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem KNX Smart Home, also mit dem vollvernetzten Haus. Und jetzt könnt ihr ganz gespannt sein, dass wir euch drei Teile von einem Schaltschrank zeigen. Also wir haben jetzt drei Beiträge gemacht, da könnt ihr super gespannt sein, weil wir zeigen euch wirklich den Schaltschrank des Jahres 2019 oder 2020 mit allem, was dazu gehört. Und von euch ist es ja sehr oft nachgefragt worden, wie baut man denn so einen Schaltschrank? Was gehört alles in so einen Schaltschrank rein? Und wir haben heute den Beitrag 1, Teil 1, wo wir uns mit der elektrischen Seite beschäftigen. Das heißt also, wir schauen uns mal an, was ist in so einem Schaltschrank drin und dann geht es weiter. Im nächsten Beitrag, da geht es um die Verkabelung und im Teil 3, da widmen wir uns dann dem Thema KNX. Und hier ist ein Schaltschrank, der ziemlich voll ist. Also das wird, viele von euch wird das begeistern und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Dieser Schaltschrank hier ist in jedem Smart Home, vernetzten Haus ist Standard, muss man sagen. Der kann jetzt nicht ganz so voll sein. Also das muss nicht sein. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier überhaupt für einen Kabelverlauf haben. Wir haben hier eine Drei-Phasen-Auflage. Das heißt hier L1, L2, L3 und wir haben den Neutralleiter, wir haben den PE-Schutzleiter. Das könnt ihr alles hier ganz gut sehen. Und als allererstes, was wir hier haben, ist ein Blitzschutz. Also das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt also, wenn jetzt der Blitz in euer Haus einschlägt, in die Elektroleitung einschlägt, dass hier gleich hinter der Auflage, also da müsst ihr euch vorstellen, hier ist noch ein zweiter Schaltschrank, wo die Zählerfelder sind und hier wird natürlich schon vermieden, dass überhaupt die ganze Elektrik kaputt geht. So und dann geht es halt von dem Blitzschutzschalter, der ist auch jetzt wieder eigentlich vierphasig ausgelegt. Wir haben hier L1, L2, L3 und N. Da geht es dann auf die FI-Schalter oder RCD-Schalter. Vielleicht für euch zur Erklärung. Wir haben hier jetzt von der elektrischen, also von der Sicherungsseite, haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf Fehlerströme, auf Kurzschlüsse reagieren können. Wir haben hier einmal die FI-Schalter, die sind alle in der Reihe hier angeordnet und daran angeschlossen dann sind hier unten die einzelnen Sicherungsautomaten. Also das sind hier eine ganze Menge, weil wir haben viele, viele Stromkreise. Hier oben dann, wo die ganzen Kabel aufgelegt werden, hier oben in diesem Bereich, also wir haben ziemlich viele Kabel, also ich habe es jetzt nicht gezählt, also wir kommen fast an die an die 1000 Kabel hier hin. Das Ganze, dieser Schrank ist für ein Haus mit 350 Quadratmetern. Es ist vollkommen vernetzt. Es ist, ich sage mal, wirklich im gehobenen Bereich angeordnet. Aber das erklären wir euch noch in einem extra Beitrag hier zu diesem Schaltschrank. Warum machen wir das Ganze? Also das Ganze tun wir, weil ihr ja so oft nachgefragt habt, jetzt bringt doch mal wieder was über den Schaltschrank, bringt mal was über den Aufbau und jetzt sind wir soweit. Also das bloß mal so. So, also wir haben jetzt hier die FI-Schalter, die reagieren auf bestimmte Fehlerströme. Da geht es darum, dass ich geschützt bin bei Berührung von spannungsführenden Kabeln. Das kann im Bad sein, das kann eigentlich da sein, wo ein Fehler in der Installation ist oder wo die Isolation ab ist und ich dann aus Versehen dran fasse. Das macht mir ja nicht bewusst. Oder das kann auch im Außenbereich sein, wenn man jetzt im Garten mit der Bohrmaschine in einem nassen Gras die anfasst und dann ist da irgendwo was an einem Kabel abisoliert. So, und da würdet ihr normalerweise ohne den FI-Schalter höchstwahrscheinlich einen tödlichen elektrischen Schlag bekommen. Und wir verhindern eigentlich mit diesen, mit diesen RCDs, FIs, ne, ich sag auch immer noch die alte Bezeichnung, ähm, FI, wir verhindern, dass wir einen tödlichen elektrischen Schlag bekommen. Weil dieser Schutzschalter, der löst aus, der löst ziemlich schnell aus, also in der Regel zwischen 30 und 50 Millisekunden und, ähm, bei einer Spannung von 30, beim Strom von 30 Milliampere. Ne, also das ist wirklich, da wird wirklich verhindert, dass ihr einen Schlag bekommt. Und da gibt es natürlich verschiedene Auslösecharakteristiken. Da komme ich vielleicht nochmal später dazu. Weil wir gehen jetzt mal daher, der Strom fließt jetzt vom vom Blitzschutzschalter zum FI-Schalter und geht dann natürlich weiter hier unten auf die Sicherungsautomaten oder Leitungsschutzschalter. Früher waren das die Schmelzsicherungen, vielleicht für euch zur Erklärung, früher waren es die Schmelzsicherungen, die man austauschen musste. Und heute ist das einfach so, äh, wenn der ausgelöst hat, kann ich ihn wieder einschalten, ne, ich muss es jetzt nicht tauschen. Das ist ein großer Vorteil. Wer Elektriker ist, der beschäftigt sich mit sich mit dem Thema. Wir haben jetzt hier unten B und C-Charakteristik. Also B löst beim fünffachen Nennstrom aus, ne, also das sind diese 90 Ampere und C beim zehnfachen Nennstrom. Das ist immer bis zu, ne, und das sind immerhin schon 160 Ampere. Wir brauchen diese, diese Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik, besonders an den Stellen, wo wir LED-Leuchten haben. Hier in diesem Falle ist das gesamte Haus, ne, also die gesamten 350 Quadratmeter sind mit LED-Beleuchtung, in dem Falle mit DALI, sage ich auch später dann noch was dazu, ist alles hier die Aktorik und Steuerungstechnik hier drinnen im Schrank, ne. Deshalb verwenden wir den, den Bereich C. Es gäbe jetzt auch noch die Charakteristik D, das ist dann 20-fache Nennstrom, das sind wir bei 320 Ampere, ne. Also im normalen, in der normalen Gebäudetechnik macht das jetzt keinen Sinn. Brauchen wir, weil wir diesen hohen Anlaufstrom haben, ne. Das kommt von diesen Netzteilen, von den Netzteilen, von den Netzteilen bei den LED-Leuchten. Das war jetzt mal grundsätzliche Vorstellung. Schaltschrank, Elektroverteilungsschrank im smarten Haus, im Smart Home. Wie ist das Teil aufgebaut, ne. Wir haben jetzt hier, das kann man, ich fasse es nochmal zusammen, wir haben hier oben die Klemmen, ne. Wir haben eins, zwei, drei, vier Reihen Klemmen, ne. Das ist jetzt auch nicht so häufig. Und dann haben wir hier den Bereich, wo der Strom reinkommt, aus dem Strom, aus dem, aus dem Verteiler, ne. Also hier vom, vom EVU, vom Stadtwerk. So, und das Ganze geht gleich in den Blitzschutzschalter. Wir haben hier die, die FI-RCD, ne. Also gegen elektrischen Schlag. Und hier unten haben wir die, die Sicherungsautomaten, ne. Also die Leitungsschutzschalter. Ungewöhnlich ist die Anordnung, muss man sagen, ne. Also man könnte jetzt sagen, das Ganze könnte man ja auch hier oben anordnen. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht so gemacht, weil wir haben gar keinen Platz mehr, ne. Wir mussten ja hier oben die Klemmen unterbringen. So, erster Teil vom Schaltschrank, Elektroverteilungsschrank in einem Smart Home mit KNX gehoben. Ne. Also man muss wirklich sagen, was ihr hier seht, ist wirklich gehoben. Gehobener Standard. Also da ist alles auch wirklich miteinander vernetzt. Wie das Ganze dann verkabelt ist und was das Thema KNX anbelangt, was das Thema Arktorik anbelangt, das seht ihr in einem der nächsten Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, jetzt muss ich noch was sagen. Wenn ihr euch für sowas interessiert, wenn ihr wollt, dass wir für euch so einen Schrank bauen, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir machen für euch den Plan und so einen Schrank in diesem Format. Das ist ein Standschrank. Es gibt natürlich auch einen Hängeschrank. Es gibt kleinere Schränke. Das ist jetzt schon fast die maximale Größe. Einfach schreibt uns eine E-Mail, schreibt in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf einen Daumen. Wir freuen uns auf ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Ich glaube, jeder das Thema Smart Home im Neubau, in der Sanierung, den das beschäftigt, habt ihr eh schon uns abonniert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, also der hier gezeigte Elektro-Schaltschrank, Elektroverteiler ist wirklich schon ein Monster, muss man sagen. Wer mal so eine Vorstellung haben will, was so ein Schaltschrank wiegt, also der ist zwischen 80 und 180 Kilo schwer, je nach Größe, je nach Ausstattung. Wir haben zwischen 400 und 1600 Kabeln, die in einen Schaltschrank reingehen. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Menge. Und ihr könnt schon wirklich gespannt sein auf diese ganze Reihe jetzt mit dem Schaltschrank. Ihr könnt euch mal vielleicht Anregungen holen, was wir in letzter Zeit immer wieder bei den Schaltschränken sehen. Es ist komplex, so ein Schaltschrank. Er kann nur von Profis gebaut werden. Wenn es jetzt jemand selber versuchen würde, braucht er wahrscheinlich, naja, die 20, 30, 40-fache Zeit. Und das muss man sich dann auch mal auf den Stundenlohn oder auf die Zeit umlegen. Das kann man wirklich, also in ganz großer Liebhaberei könnte man jetzt einen Schaltschrank bauen. Auch was wir euch hier zeigen, da sicherlich, es geht alles. Aber man muss das immer im Verhältnis zum Aufwand sehen. Und was wir auch in letzter Zeit gesehen haben, ist, dass die Schaltschränke, sie werden immer größer, weil der Komfort, die Sicherheit, die Anforderungen immer, sage ich mal, auch größer werden. Und es haben sich auch die Vorschriften geändert. Wir haben jetzt auch das Thema Blitzschutz. Das habt ihr ja gesehen. Blitzschutz, ganz wichtiges Thema. Das haben wir auch mit integriert. Oder auch das Thema Überspannungsschutz oder das Thema Stromschlag. Also Schutz vor Stromschlag. Ganz, ganz wichtig. Weil es sterben jedes Jahr immer noch Menschen, die in der Badewanne sitzen und dann vielleicht mit dem iPhone in einem Verteiler eingesteckt telefonieren und dann fällt der Verteiler in die Badewanne. Also es hört sich jetzt vielleicht für euch ein bisschen lustig an, aber es passiert. Und ganz sicher ist das nicht zu überleben, wenn ihr dann keinen RCD- oder FI-Schalter habt. Bis zum nächsten Mal.